hallo und willkommen zurück zu isaac burning of isaac und ja ich habe auf einmal ein bisschen gegoogelt und habe jetzt einen playstation controller mit meinem ipad verbunden und ja dann gucken wir doch mal ob wir besser spielen starten direkt rein das fühlt sich auf jeden fall schon deutlich netter an so ich teste mal wie schieße ich okay das könnte deutlich netter werden holy water splash keine ahnung was das bringt okay ich hoffe mit tatsächlich eine große verbesserung ich glaube ihr seht schon was ich meine das lässt sich schon deutlicher spiel gut da wollen wir mal das spiel richtig spielen sorry pause gedrückt aber das wollte ich nicht weil bisher jetzt das bringt mir nicht viel wenn ich schaden mache wenn die dann mit ressort gespritzt oder wie läuft das also ich schaden mache Kann ich da durchgehen? Hä? What the fuck? Okay. Das wird jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Versuchen wir es nochmal. Da ist nichts. Wie kann ich denn? Oh so, okay. Toxic Raure, Tears, okay. Ich sehe irgendwie nicht mehr so nett aus. Ähm... Okay. Noch ein Schlüssel, drei Schlüsse jetzt. Okay, gehen wir mal hier hin. Boah, das meine ich. So ein bisschen Unterschied gesehen, wie schnell ich mich bewegen kann, ey. Oof. The Ridgecrant, okay. Lowry Jr. Nioh. Ich will jetzt nicht sagen, aber... Das haben wir dominiert. Alter, was? Okay. Placement 2, okay. Lass uns erstmal hier hochgehen. Okay, okay, okay. Puh, die waren schon ohne Schaden. Vorerst meine Reichweite gar nicht so hoch. Okay, da jetzt. Okay, okay, okay. Okay. Das wird dumm. Hä? Was geht bei dir denn, als ob das Feuer schießen kann? Hä? Hä? Hä, ein Hit und ich bin halt tot, ne? Ich muss ja richtig aufpassen, ey. Okay. Okay. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Okay, das könnte so viel werden jetzt. Okay. Hm. Gut, einmal spielen wir noch, komm. Neuer Run. Wir drücken. Wir drücken den Fett und testen. Okay. Let's go, let's go, let's go. Placement 1. So, das ist gut. Slow and steady. Okay. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich... ...sobald da noch eine Bombe hinter ist? Okay, das hat sich nicht gelohnt. Okay, das sind wir schlauer. Schlüssel. Schlüssel nehmen wir hier. Okay. Brauche ich meine Winze für... Wie soll ich den da treffen? Außer von der anderen Seite. Haha. Das wäre auch dumm. Die Münze Nummer 2. Ich brauche mindestens dreimal was zu kaufen. Das entgegnen wollen wir noch nicht. Okay. Gut. Gut. Explosive Fords. Ich weiß nicht, ob das explodiert. Alter, das wäre sick. Ähm. Fünf Münzen. Fünf Münzen. Können wir anscheinend nichts kaufen. Okay. Dann gehen wir mal zum Gegner. Monstro. Die kennen wir schon, oder? Boah, das ist das Spiel einfach mal mit. Controller, ey. Okay. Gut, 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 gut. Shit. Ha. Okay. Okay. Wieder 2. Level. Okay. Okay. Okay, jetzt... Okay. Okay. Mh-mh. Okay. Hohohoho. Ich habe keine Chance, hätte der einfach. Die haben aber keine Chance. Okay. Die haben Münzen Gallo oder was? Die schnappen wir uns auch. Ich habe keinen Schlüssel. Also das jetzt hier. Der Impro ist okay. Das Eltern ist so krass, ey. Schüssel. Wo war das nochmal? Da. Geht jetzt durch. Zehn Bomben. Einfach zehn Bomben. What the hell? Okay. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Kein Schlüssel mehr, also ein bisschen hoch. Jetzt haben wir den Schlüssel. Gucken wir hier rein. Okay. Reusable card generator. Okay. Let's go. Let's go. Larry Junior. Let's go. Okay. Okay, braucht man. Okay. Okay. Let's go. Okay, cool. Okay. Okay, Range ist höher, auch cool. Okay, weiter geht's. Wo wurde jetzt Angst? Müssen wir hier mal die Hose runterziehen, okay. So springen? Woher sind Schlüsse für? Okay. 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 Und ne Bombe auch noch bekommen. Schlüssel habe ich nicht. Okay, müssen wir hier durch, oder? Oh, was ist das denn für wer hier? Ah, okay. Kann ich die nur hochjagen? Boah, die waren heavy. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Schlüssel. Kann ich irgendwas mit dem Schlüssel? Ganz am Anfang mal ne Truhe. Oder die Tür. Wenn man an die Tür kommt. Scheiße. Ähm. Kacke. Aber nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Äh. Good stuff. Naja, gut. Ähm. Da beende ich heute die Episode mal. Wenn ihr die Episode gefallen habt, hinterlasst ein Like. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bye, bye.